ECHRAN 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 Willkommen, liebe Freunde. Willkommen zu dem letzten Programm ECHRAN Willkommen zu diesem Programm Willkommen bei Heidi und Simon und Liam und Flora Das ist unsere schöne Familie und wir kommen von dir zu sagen Das ist das letzte ECHRAN-Programm das wir planen nicht zu merken Das ist eine wunderbare Tietje mit Juntopia das Programm zu haben So wir wollen diese Dinge hier einmal und dann wollen Heidi den besten wieder vertellen. Aufscheid nehmen wir So So Willkommen zu diesem Programm Wir haben unsere Kinder hier in Berlin und das Programm ist für eine Minute und jetzt wollen wir hier einfach mit Junt aufscheiden führen. Wir freuen uns vielleicht ein Wort zu sagen Ich habe hier in Amma hier hier ECHRAN ECHRAN Und ja, wir haben das Programm meist acht Jahre ihr merkt, ECHRAN-Programm Für alle vier Monate nur acht Jahre wie das Programm ihr merkt war von uns, dass das wirklich eine schöne Tietje war und wir haben das ganze Wort von uns leben wenn es dort meist kreuzig ist wie wir befreit sind Ich weiß noch, als wir noch nicht befreit werden dann red ich dort manchmal an uns Ich reihe wird sein, dass wir uns befreien und 15 Jahre wird das an der ersten Arbeit steht sein und wir haben dort mit sehr viel Leben in Hand gegeben das acht Jahre getan aber jetzt ist es am Ende gekommen wir haben neue Tieten in unserem Leben und wir wollen ein bisschen von uns vertellen was wir alles erlebt haben hier in ACHRAN Ich betreue die roten Bilder dass wir, glaube ich, von 14 Jahren oder 15 Jahren fangen wir in ein Spicka bei unseren Fiansens in Spicka und wir hören uns dann durch Ihr Lied, dass wir den Brücken können wie Farbe den Bessi uit der du leichter abhängen der du das Bessi reinmärken und fangen durch und zu gravieren wie wir ein jung, befriede Lied und wir fangen an wir sahen uns ein Ziel was wir sehen wie wir alle Gott kennenlernen und wie viel Spaß haben und das habe ich gehört aber nun, erst dieser Zeit werden wir eingekommen Ich weiß nicht die Heidi bei mir, die das hört was hier war Na Aufschritt nehmen wir das immer bei Die sind gute Freunde all diese acht Jahre Die sind gute Freunde und ich danke Ihnen dass die sehr gute Tautiker hier waren dass die hier waren dort sind 377 Programms mit dem Taut was ihr gemerkt habt 377 Programms und ich sie gott so dankbar dass David die Lehrerin ist dass David mir das Programm gegeben hat ich habe ein Programm und ich habe das Video geschrieben ich reingehe nicht ab und sie kommen dann eine andere Zeit und David sagt zu mir Eduard, du kostet und ich weiß nicht wo ich mich nennen wirklich er hat keine Idee weil ich sehe dann bloß mir Janka nach den Videos zu merken das einmal im Radio in den Videos ich weiß, wer das nicht gewiss hat und ich sehe David nicht bloß im Radioprogramm sondern ich will die Videos in den YouTube installieren und ich habe niemals gedacht wo uns das heim bringen würde hier selber nie wenn der Herr hat uns geläht wir haben gelacht und wir haben geheilt und wir haben Menschen geläht und wir haben und wir haben solche Sachen geläht wo uns die Jahre heute bloß noch kommen und wir bloß Wunderworte sein über Gott Wunder getrunen und wir können dort immer weiter hören durch Personen die haben einfach wirklich geläht Vielleicht für euch und wenn wir wieder abhören wir hören nicht auch wenn uns das schlafen geht aber wenn wenn was andere wir hören einfach ab wenn wir hier wie wir hier mit unseren drei Kindern wenn wir uns verfrieden haben wir kennen wir haben drei wir haben eine Zeug angefangen in dieser Zeit wie Zendpastor ist und ich habe auch viel auf und wir fehlten von Gott einfach geläht dass wir solle in der anderen städten unsere energie und das Programm das wir wie gut war es aber das wir wie diese Zeit vorbei ich glaube ich wollte mit Videos irgendwann zu haben ich kann mich nicht wenn ich so lange habe ich nicht von Videos merken ich habe von Videos ich glaube ich bestimmt irgendwann wo ich habe eine Pause merken und wir einfach von Gott merken dass wir andere Sachen können besser machen ich will die line nehmen wenn wir abhören weil ich einfach dankbar ich war bestimmt Menschen für jeder ich hatte das letzte Jahr ich habe sogar ein paar Thronen verloren an alle Städten wo wir haben hier in Bolivien wir haben in dieser Zeit in drei Hüsa gewohnt wir haben alle drei Hüsa gefilmt wir haben bei Jake mein Freund Jake sein Haus wir haben in Brasilien in Paraguay bei David Teufs gefilmt wir haben in Mexiko ein paar andere Städte hier in Bolivien ihre Hüsa gefilmt wir haben viele Städte gefilmt und wir wollen alle Städte dankbar sein dass wir filmen können ich will vielen Dankbar sein für alle Freunde die ich konnte merken mit dem Programm das hat mich aufgenommen das habe ich niemals gedacht ich habe viele Rest und wir sind top viele Rest durch das Programm in in alle wo viele Menschen sind immer das ist das ist das ist das ist einfach ganz damit mit ich sage ich will mich bedanken wie viel Leute ich habe diese ganze Zeit für mich sieht mal jemand besser von dem Ekran besser wir haben stundenlang in vierten danach für mich geschaffen dort können ich will ganz besonders Square One World Media dankbar sein wenn ich Sie dort über Square One World Media von Winnipeg Kanada Sie nehmen mich an in der mich mit Geld dass ich das Programm merken kann für so viele Jahre und ich will vielen Dank dass wir jeden Monat für uns gebeten und viele Sachen ich will dankbar sein und Claude Pratt und Schwab Ebadi sind meine Direktoren in dieser Zeit ich will dankbar sein für sie zwei ich will bei seiner Strafe teufel dankbar sein das Programm hat heute die Leute sagen ich will das Programm und ich will David vielmals dankbar sein für sie allein das ist wirklich schön gewesen das zu tun und ich weiß nicht ob wir das abhören Gott kann nur das ich habe bestimmt vielleicht gemerkt in dieser Zeit wenn ich mal irgendwas gesagt habe was anreichend für die wird dann verjaft mich das bitte äh an dieser Zeit konnte ich ein sehr großes Wunder erleben ein sehr großes Wunder was passiert hat ich konnte mit Heidi befreien Gott hat mich freien von Homosexualität und er hat mich verleufen an Heidi und ich sie noch so verleift und das war eine Sache die Gott in diesen sieben Jahren von ich reingetan hat ist dass er mich freien von Angst ab so ich freien wir von Homosexualität leidet meine Angst und Gott nimmt diese Angst von mir und ich kann hier im Ekran vertellen mein persönliche Zeugnis und Gott hat mich rausgelassen weil ich dachte viele Menschen haben mir gesagt ich weiß du verstehst alles ich will nicht sagen ich verstehe nicht alles ich verstehe viele Sachen nicht ich weiß du weiß immer wort zu reden in seinem Programm ist das und ich weiß nicht wie ich eins mal geflutet habe aber Heidi gefragt habe ob ich nicht sein oder ob ich das nächste Programm ich weiß nicht immer wort ich sein und wo ich Gott mal danke sei erst für den Horten wort ich umgeregt habe ich komme ich denke einmal ich reich ein Anruf wo eine Person ganz umeng wird die fangt mich von weit auf da hat mich reich ganz umeng und sie leben wie ganz alles zwei ich will nicht sagen wo die Situation ist ich will die Person beschützen und ich sage du brauchst Jesus und Jesus allein konnte ich lebe am Ende und ich sehe wo muss ich Jesus annehmen und ich wach die 15-20 Minuten auf und ich lebe mich an und ich konnte überfallen Jesus annehmen und ich von dann mit einem Kontakt und ich habe sein Leben 100% geändert und ich für die eine Person habe ich reingelernt für die eine Person auf sich all das im Meer erlaubt und so ein Programm und über Gott habe alle ihr was ist deine Erfahrung Heidi? Was hast du für die Verteilung? Echt sie ohne Werte? Das hat immer scheinlich gewonnen das war wirklich immer eine Zeit wo wir auch können was ich auch gerade sehe ich habe so viele Zeugnisse hier Menschen die wir nicht haben das Programm habe ich gedacht das Programm hat sie ihre Geschichte verteilen Menschen die niemals für eine Kamera irgendetwas sagen würden können wir einfach sagen was geht die du noch haben und das hat wirklich gesagt wer immer wird scheinbar zu tun dass sie für Gott haben und da wir haben das Programm das Kolosser 3 vertreten alles was wir tun ist von heute und Jahren für Gott und nicht für Menschen das ist eine Bibel die mich von Anfang an von Anfang an begleitet hat dass wir alle Sachen die wir vergessen haben und nicht für Menschen weil wir alles vergessen haben was wir vergessen haben und dort habe ich gerade noch und ich freue mich wirklich dass sie die 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 dann die 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 unseren das nicht die we wir haben wir 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 haben uns einfach verabschiedet. Wir sehen einfach, dass es nicht so ist, 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 dass es nicht so ist. Aber wie viel Frieden ist auch wieder. Im Leben ist es so, man mag einen Köln, dann mag man einen anderen Köln. Manchmal blüfft man in eine Sache, man schafft einfach nicht wieder. Und wie kann es einfach sein, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, und Gott wird einen anderen auch machen. Das habe ich gesehen. Ich will wieder ein Freund bleiben. Die Videos werden wir auch wieder auf YouTube, die wir kennen, die wir alle sind, wieder checken. Und ich möchte zuerst ein Dank sagen sagen, für jeden, wer an anderen Stelle gesehen hat, wie ich mich ausfragen konnte. Wer viele Geschichte vertelt hat, was er eine Wahrheit zu vertellen für so viele Menschen. Ich will mich bedanken. Ich will Ihnen Gott sehen, Menschen, das Programm mit, für das letzte Mal. Gott sehen Sie. Tschau, tschau. Erkran wurde in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden bist, schreib uns im Whatsapp nur meierteken 599-7788-5571 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran-gmail.com auch immer noch mal. Ich will mit uns im